Die Jungen und Mädchen der Evangelischen Grundschule durften sie als erstes ausprobieren. Die sieben neuen Spielgeräte im Ernst-Thilmann-Park. Ausgesucht haben sie die Landschaftsarchitektinnen Margret Scherer und Stefanie Wieland. Die beiden Frauen haben schon viele Spielplätze in Pirna gestaltet. Auch im Thilmann-Park waren sie schon aktiv. Mit der Wahl der neuen Spielelemente schließen sie nun nicht nur eine optische Lücke. Wir haben einen Bereich für eher große Kinder schon gehabt mit Kletteranlagen und für die Kleinkinder mit Sand und Spielauto. Und das sind sozusagen jetzt wirklich Spielbereiche für sechs bis zwölf Jahre ungefähr und dort eben verschiedene Spielgeräte. Die Auswahl war jetzt hier immer so auf Prämisse, dass viele Kinder hier Platz finden sollen und gemeinsam spielen sollen. Die Seilpyramide mit der Rutsche gehört schon seit langem zu den Lieblingsspielgeräten der kleinen Pirnerer. Mit den neuen Spiel- und Sportbereichen erhält sie nun ordentlich Konkurrenz. Dort geht es eben los mit zum Beispiel der Sportinsel, wo wir wirklich nochmal klassisch ein Bahn und mehrere Racks in verschiedenen Höhen hingestellt haben, dass einfach Kinder sich über lange Zeit einfach nochmal mit sportlichen Geräten beschäftigen können, vielleicht auch im Sportunterricht, damit sie dann glänzen können. Dann geht es weiter mit dem Muldenkarussell. Eben drehen ist immer interessant für Kinder, miteinander auch spielen. Also ich denke, dort muss man auch als Team ein bisschen arbeiten miteinander. Einer dreht, einer schiebt. Und dann geht es weiter mit Schaukeln. Das ist natürlich der Klassiker. Schaukeln müssen her. Wir haben schon Schaukeln in verschiedenen Varianten. Hier Nestschaukel und auch die große Tampenschaukel, wo man als Gruppe schaukelt und jetzt eben nochmal klassisch einzuschaukeln. Die Jungen und Mädchen der Evangelischen Grundschule lieben die neuen Spielgeräte. Sich auf ein Element festzulegen, fällt schwer. Jeder hat so seinen Favoriten. Das da hinten mit den Drehdingern, weil da kann man verschiedene Geschwindigkeiten probieren und das macht ganz toll Spaß. Und mir gefällt das und da kann man die hier auch ganz toll drehen. Und bei den Schaukeln kann man ja auch abspringen. Das finde ich cool. Die Schaukel, weil man dort, wenn man ganz hoch schaukelt, die Augen zumachen kann und dann krabbelt es im Bauch. Ich finde das Drehding hier cool und dass man da verschiedene Geschwindigkeiten ausprobieren kann und naja, weil es halt schön ist. Rund 70.000 Euro hat die Stadt in die neuen Spielgeräte investiert. Doch damit soll noch nicht Schluss sein. Noch in diesem Jahr soll ein weiterer Spielbereich folgen. Wir haben jetzt noch Platz im Bereich der Kleinkinder für noch eine Spielinsel. Und dort soll es unter dem Thema Inklusionsspielgerät im Prinzip noch mal eine neue Attraktion geben, die wirklich für verschiedene Altersgruppen und auch für verschiedene Sinne ansprechend gedacht ist. Dort sind wir jetzt wirklich noch am Suchen nach Ideen. Die Jungen und Mädchen der 1c finden die Idee, den Spielplatz noch weiter auszubauen, super. Schon jetzt sei der Thema ein paar Klasse. Auf die Frage, ob der Spielplatz hier denn besser ist als der in der Schule, gibt es daher ein klares Ja!